Hi Leute, ich habe ja mal gesagt, dass ich ein Video mache über den Reifeisen. Das werde ich auf jeden Fall noch mal machen. Nur leider war mein Akku leer und ich habe mein Handy aufgeladen. Ich wollte es eigentlich noch nicht nehmen, aber da war noch nicht mein Akku voll. Und hätte ich das mitgenommen und ein Video gemacht, dann hätte es nicht funktioniert. Deswegen habe ich jetzt kein Video gemacht, aber habe trotzdem nur zwei leider, weil es nicht so viele mehr gaben Sachen. Und ein paar habe ich auch vergessen, die ich holen wollte, aber auch egal, hauptsächlich ich habe zwei. Also, erstmal diese Mähn- und Weißgummis. Ja. Und Schwarz. Haben 1,99 gekostet. Vergünstigt. Da war noch in einer Dose, aber ich habe sie jetzt nicht genommen. Habe ich halt natürlich genommen. Dann habe ich ein Leckerli. Also, ich habe sie schon nicht aufgemacht, weil es nicht ausgefallen ist. Und deswegen habe ich es schon nicht aufgemacht und hänge ich sie schon auf und jetzt die Leckerli ist die Zeit. Ich will das jetzt nicht aufmachen, weil es ist nicht grüß. Ah, ich werde mir noch eine Leckerli-Tasche holen, weil eine andere Leckerli-Tasche, also so eine kleine Leckerli-Tasche, die habe ich mal geschenkt bekommen. Und ja, das finde ich die lieb. Ja, ich weiß nicht, wo die hin ist, aber auf jeden Fall holen ich mir nochmal eine neue. Leider muss ich sie zahlen. Und dann hol ich mir noch ein Leckerli-T-Shirt. Zurzeit benutze ich nur meine Top-Tasche, weil es bei mir so heiß ist, dass ich da ein T-Shirt anziehen kann. Ich habe ja auch schon ein Leckerli-T-Shirt, aber das ist mir zu warm. Zu warm. Dann hol ich mir noch so eine Bücher, Hefte, Konzerne, dann vielleicht noch andere Leckerli-Tasche und dann noch so eine Dose, dass ich die Leckerli-Tasche reinmachen kann. Dass ich Früchte, wenn ich das benutzen möchte. Ich meine, wenn ich die Frau gesagt habe, so schwer, dass das Leckerli-Tasche auch schön ist. Ähm, na, eine Frage. Wenn ihr diese leckeren Leckerli-Tasche kennt und, ähm, und ihr verhüllt, dann schreibt bitte in die Kommentare, ob sie gut sind. Und, ähm, ja, eigentlich möchte ich mal was wissen, ob ihr das kennt. Und, ähm, ja, ich weiß nicht, die haben auf jeden Fall 1,95 oder so gekostet. Also, wer kann die Beute. Ich werde auf jeden Fall noch ein, ähm, Live-Alten-Video-Tasche machen. Und dann noch ein, ähm, äh, ganz, ähm, Follow-Me-Around machen. Und, ja, ich werde mir noch, äh, noch mehrere Videos machen. Ich mach dich kurz. Scheiße. Sorry, ich wollte meine Karte holen. Sie ist mir gelaufen. Sorry. Ähm, und, ja. Ich werde dann natürlich noch weitere Videos verlegen. Zum Beispiel, ähm, mein Shopping-Hole. Mein Pferde-Shopping-Hole. Also, Allgemein-Hole oder... Was ich für DVDs noch hab, da war ich noch nicht fertig. Hab ich, glaub ich, noch das Abenteuer, die Abenteuer-DVDs und die Liebes-DVDs hab ich noch nicht gemacht. Ähm, ja, ähm, ja, ich glaub das... Das ist meine Katze. Das tut mir so leid, weil es richtig heiß ist. Und dann hat sie so ein fälles Hähnchen. So ein Fake-Moi. Und, ähm, da schwitzt sie richtig. Und, ähm, gibt mir mal einen Tipp, was ich dafür tun kann. Weil meine Katze ist richtig, ähm, Kampfer, die mag ein Kamp. Und, ähm, die kriegt dann schnell einen Schock. Und dann, wenn... Sofern ich... Also, dann so... Ja... Nach einer Zeit... Dann reut sie rum. Und dann kratzt sie mich. Und, ähm, beißt mich. Und, ähm, ich wollt fragen, was ich dafür... ähm, ob ihr einen Tipp habt, was ich für... für tun kann. Das könnt ihr dann auch in die Kommentare schreiben. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und, ähm, gebt mir ein Abo. Und, wie gesagt, schreibt mir einen Tipp, was ich tun kann. Ähm, dass... Kitty keine Angst mehr hat. Also, sie hat Kitty... Kitty... keine Angst mehr haben, braucht. Und, ähm, sie hat noch, ähm, ob jetzt hier ist es lecker, wie ich es kennt. Und, ob ihr es hinbekommt. Und, ja, das war's schon. Schon acht... Acht Minuten? Habe ich nicht verrauscht. Ja. Das war's schon. Und, vergisst nicht, traut euch, das zu sagen, wie ihr die Leckerli findet, ob ihr einen Tipp habt. Und so. Und, ja. Bis gleich. Ciao.